ich habe mir gerade hier diese bank gekauft ihr müsst wissen leider ist gerade streamlabs abgestürzt von daher ist ein bisschen vom video weg aber das ist ja nicht so schlimm das ist heute so ich kann dagegen nichts tun also nicht dass ich wüsste irgendwas tun können wir gehen jetzt einfach mal in den bunker will ich sagen und kaufen uns erst mal die besitzer tür damit ja auch niemand rein kann und die besitzer tür kostet doch noch mal 50.000 nein danke dann kaufe ich mir lieber hier was anderes sehr interessant was es hier soll es gelten die besitzer tür will ich mir nicht kaufen ich kaufe mir war jemand wie ich ein interessanter weg noch einen raum wo interessant jetzt geht es nach baum und scheint oh ein diamantenschneider für 50.000 das ist ja super dann kaufe ich mir doch lieber die besitzer tür weil die es kostet auch 50.000 und hier kann wenigstens niemand mehr rein ja die besitzer tür habe ich mir eigentlich gekauft aber jetzt kostet die einfach 100.000 statt 50.000 ich habe mir doch gerade eine besitzer tür gekauft wo ist sie denn jetzt hin man ich hatte doch so viel geld und jetzt ist das ganze geld weg das ist doch scheiße da sind ja wieder meine 50k davon hole ich mir jetzt ein diamanten links bums ja finde ich sehr interessant wo ich hier gibt es ja auch eine besitzer tür auch für 100.000 gesperrt keine erwachsenen kühlgebrauch ja das finde ich auch sehr interessant und upgrade ich kann upgraden kann ich doch nicht eine millionen geld steht doch hier warum krieg ich das nicht kaufe diamanten nein speicher erhöhen nach wenig wenig kein speicher erhöhen wie will geld ich brauche 200.000 für eine besitzer tür beziehungsweise für zwei besitzer türen mann also wenn ich die ganze zeit so reden irgendwann geht mir meine stimme weg das ist doch depressiv ich werde einmal nur diese scheiß besitzer tür warum geld kommst du nicht außenposten 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 ich bin kein außenposten beleidigt mich nicht wo ist denn der grüne feine hin der war noch gerade ich hier wo da ist er ja wieder wo ich muss nach da sehe ich gerade dann rennen wir doch mal dahin ich finde es gut zu rennen rennen stärkt deine gesundheit wo ein geländer für 5,5 tausend jetzt habe ich mir eine geländer gekauft voll sinnlos lass mich hier rüber ich kann container kaufen jetzt habe ich hier sogar meine eigenen container das ist doch cool und jetzt brauche ich erstmal 100.000 euro und die kriegt man auch nicht einfach so wir haben 64 das ging aber schnell ich dachte man kriegt nicht einfach so erschießen sie mich das waren sie sollen meinen kopf treffen nicht mein arm ja das schon ein bisschen besser jetzt schießen sie einfach da rein ja super noch mal ja noch mal kommen wir dance ein bisschen einfach nur ich kann es nicht roblox hat sie gerade eine melden geschrieben ja man wir haben immer noch keine 90 ich kann es nicht kaufen gehen weg für vier tage ist das anscheinend da drin o beleuchtung wer braucht das ich brauche einmal nur diese scheiß besitzertür hier unten denn dort wird jetzt grün angezeigt besitzertür welche besitzertür ist das jetzt einfach dicker geworden oder was oh man das ist ja interessant obwohl ich das gekauft habe kann ich trotzdem hier durch naja wenigstens können andere nicht mehr durch aber es ist sehr interessant dass ich ja selber durch kann ja gehen wir jetzt einfach mal nach unten würde ich sagen und dann wollen wir gar nichts haben ja nichts baut kann was ist das denn hier das ist ja was ganz neues warum einfach ein bunker dahin ist irgendwas was ist denn hier eine besitzertür ein wirf warum kostet das denn irgendwas vielleicht ist hier unten irgendwas aber ich denke eher nicht nein hier ist gar nichts mann oh und er ist nur speicher schade gut da muss ich wohl entweder diese scheiß besitzertür kaufen aber leider ist die ein bisschen zu teuer mann und jetzt habe ich gar keinen bock mehr so zu reden aber irgendwie ich trotzdem noch sagen weil viele menschen reden auch so ne und das ist nicht cool wenn leute das einfach so sagen wir haben hier wieder was neues nämlich neue codes glaube ich zumindest vier days wie denn so ein patch 22 wie denn habe schon eingelöst schande jetzt haben wir wenigstens wieder 114 k jetzt können wir hier diese scheiß dingsbumstür kaufen und es leckt gerade nicht wie keine freunde allein nein ich bin das nicht wo eine besitzertür gekauft wo ist die hin hin wo habe ich gerade eine besitzertür gekauft das ist doch ich wurde das geheimt wurde einfach so gescannt das geht auch gar nicht hier naja dann gehen wir mal eben da oben was anderes kann ich eh nicht mal außer rumlaufen und die ganze zeit geld sammeln und nach da oben gehen weil irgendwo hier oben wo sie noch 7500 aus dingen sind ja hier ist es jetzt zeigt er mir irgendwas da oben an mann kommt auto wir fahren jetzt dahin auto autos können zwar nicht sprechen aber ich habe es gerade so angedeutet als würde es funktionieren wo was ist das denn hier ja ach das kostet die robux nein danke ich brauche keine robux ich habe zwar 20k aber ich will keine ausgeben wir gehen jetzt nur noch ganz hier oben weiter höher geht es nicht so kaufen wir uns doch das dach und das hier und eine beleuchtung und eine beleuchtung so jetzt können wir wieder nach dahinten hingehen auto du kommst mit ich kann nicht mehr mit dem auto fahren der hat ein panzer ich muss ganz schnell weg hier sonst werde ich noch belästigt hier ein panzer kostet 800 so viel geld habe ich gar nicht hier gibt es panzer wow das ist ja sehr interessant ich will das nicht jetzt machen sie es doch weg spawnen ja endlich ist es wenig wo da ist ja was gewesen man da ist schon etwas jetzt lassen sie mich aufsteigen denn ich muss geld ausgeben und ich habe fast wieder 100 können das freut mich ganz und gar nicht kann mehr geld ausgeben wow ganz viel geld wow diese sound sind cool ja dieser sound ist ein bisschen nervig ich weiß jetzt habe ich auch noch schluck aufbekommen und jetzt huste ich auch noch man ey absolut gar kein bock und warum geht er jetzt wieder runter man jetzt bin ich umsonst hier hochgegangen die kostet ja alles wird das ist doch schatz safal ich das hier anzieht in den video geld ausgeben ja ich habe keine 22 doos mehr na ja ich würde sagen das war's mit dem video wenn ich waren lassen aber commenta da wie die jungs im nächsten Video wieder, hau noch mal da, euer Sando tschau tschau wir gehen jetzt einfach mal in den Buka, will ich sagen und kaufen uns ja erstmal die Besitzertür damit hier auch niemand rein kann und die Besitzertür kostet doch mal noch 50.000, ne? Nein, danke dann kauf ich mir lieber hier was anderes aha, sehr interessant, was ist hier so alles, gell? ne, die Besitzertür will ich mir nicht kaufen, ich kauf mir einfach hier mal einen Weg oh, ein interessanter Weg noch einen Raum oh, interessant jetzt gehts nach Raum anscheinend oh, ein Diamantenschneider für 50.000 das ist ja super oh yeah dann kauf ich mir doch lieber die Besitzertür weil die kostet auch 50.000 und hier kann wenigstens niemand mehr rein ja die Besitzertür habe ich mir eigentlich gekauft aber jetzt kostet die einfach 100.000 anstatt 50.000 oh man ey ich habe mir doch gerade eine Besitzertür gekauft wo ist die denn jetzt hin man ich hatte doch noch so viel Geld und jetzt ist das ganze Geld weg das ist doch scheiße ah, da sind ja wieder mal eine 50.000 davon hole ich mir jetzt ein Diamanten-Dingsbums ja finde ich sehr interessant oh, hier gibt es ja auch eine Besitzertür auch für 100.000 gesperrt keine Erwachsenen kühl gebraucht ja, das finde ich auch sehr interessant oh, Upgrade ich kann Upgraden kann ich doch nicht einen Millionen Geld steht doch hier warum kriege ich das nicht brauchst du Diamanten nein Speicher erhöhen nein, ich will keinen Speicher erhöhen ich will Geld über 200.000 für eine Besitzertür beziehungsweise für zwei Besitzertüren man man also wenn ich mich die ganze Zeit verreden irgendwann geht mir meine Stimme weg das ist doch depressiv ich sehe doch einmal nur diese scheiß Besitzertür warum Geld bekommst du nicht Außenposten 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 ich bin kein Außenposten beleidigt mich nicht wo ist denn eine grüne Feige hin der war noch grad nicht hier oh, da ist er ja wieder oh, ich muss nach dem Darm dann rennen wir doch mal dahin ich finde es gut zu rennen rennen stärkt deine Gesundheit oh, ein Geländer für 5,5 Tausend jetzt habe ich mir eine Geländer gekauft voll sinnlos lass mich hier rüber ich kann Container kaufen wow jetzt habe ich hier sogar meine eigenen Container das ist doch cool und jetzt brauche ich erstmal 100.000 Euronies und die kriegt man auch nicht einfach so so wir haben 64 das ging aber schnell ich dachte man kriegt sie nicht einfach so erschießen sie mich ey, das war sie sollen meinen Kopf treffen nicht meinen Arm so, nein ja ja das ist schon ein bisschen besser jetzt schießen sie einfach da rein ja super nochmal ja nochmal kommen wir dance ich kann es nicht problox hat sie gerade eine Meldung geschrieben ja man wir haben immer noch keine 90 warum ist das hier ist das hier ich will das nicht kaufen eben weg für 4 Tage ist das anscheinbar drin oh Beleuchtung wer braucht das ich brauche einfach nur diese scheiß Besitzertür hier oben denn dort wird jetzt Gründung mit zeigen wow Besitzertür welche Besitzertür ist das jetzt einfach dicker geworden oder was aha oh man das ist ja interessant obwohl ich das gekauft habe kann ich trotzdem hier durch naja wenigstens können andere nicht mehr durch aber das ist sehr interessant dass ich ja selber durch kann ja gehen wir jetzt hier einfach mal nach unten würde ich sagen und dann bauen wir gar nichts weil man ja einfach nichts bauen kann was ist das denn hier das ist ja was ganz Neues wow einfach ein Bunker dahin ist irgendwas was ist denn hier oh eine Besitzertür einwirft warum kostet das denn irgendwas vielleicht ist hier unten irgendwas aber ich denke eher nicht nein hier ist gar nichts man oh oh ne ist ein Speicher schade da muss ich wohl entweder diese scheiß Besitzertür kaufen aber leider ist die ein bisschen zu teuer man und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr so zu reden aber irgendwie rede ich trotzdem noch rein weil viele Menschen reden auch so ne und das ist nicht cool wenn Leute das einfach so sagen oh wir haben hier wieder was Neues nämlich neue Codes glaube ich zumindest 4 Days wie denn so 1 Day wie denn Hatch 22 wie denn habe ich schon eingelöst schade jetzt haben wir jetzt wieder 100 jetzt können wir hier diese scheiß Dingsbumstür kaufen und es leckt gerade ne ich will keine Freunde online nein ich will das nicht wo eine Besitzertür gekauft wo ist die Hände hin wo habe ich gerade eine Besitzertür gekauft das ist doch scammed ich wurde gescamt wurde einfach so gescamt das geht doch gar nicht hier und dann gehen wir mal hin da oben was anderes kann ich irgendwie mal außer rumlaufen und die ganze Zeit Geld sammeln und auch da oben gehen weil irgendwo hier oben wo sie noch 7400 alt sind denken wir jetzt zeigt er mir irgendwas da oben an man komm Auto wir fahren jetzt da hin Auto Autos können zwar nicht sprechen aber ich habe es gerade so angedeutet als mir das funktioniert oh was ist das denn hier ach das kostet die Robux nein danke ich brauche keinen Robux ich habe zwar 20k aber ich will keine ausgeben wir gehen jetzt mal noch ganz hier oben weiter höher geht es nicht so dann kaufen wir uns doch das Dach und das hier und eine Beleuchtung und eine Beleuchtung so jetzt können wir wieder nach da hinten hin gehen Auto du kommst mit ich kann nicht mehr mit dem Auto fangen der hat einen Panzer ich muss ganz schnell weg hier sonst werde ich noch belästigt hier ein Panzer kostet 800 so viel Geld habe ich gar nicht oh hier gibt es Panzer wow das ist ja sehr interessant ich will das nicht jetzt machen sie es doch weg Spawnen Spawnen ja Endlich ist es weg wow da ist ja was gewesen man da ist schon etwas jetzt lassen sie mich aufsteigen denn ich muss Geld ausgeben und ich habe fast wieder 100 Ketten das freut mich ganz und gar nicht ich kann mehr Geld ausgeben wow wow ganz viel Geld und diese Sound sind cool ja dieser Sound ist ein bisschen nervig ich weiß jetzt habe ich auch noch Schluck aufbekommen und jetzt hupste ich auch noch man ey absolut gar keinen Bock und warum geht er jetzt wieder runter man jetzt bin ich umsonst hier hoch gegangen wird es nur noch das kostet ja alles das ist doch Schatz kann ich das ja anziehen ael geht auf dem Naja ich würde sagen das war's mit dem Video, wenn ihr euch gefallen habt, lasst ein Like, Abo und ein Kommentar, da im nächsten Video wieder, auch noch Leute, euer Starz, tschau, tschau